Vor einiger Zeit hatte ich ein Projekt begonnen, das sich mit einem faszinierenden Thema beschäftigte, den Lichteffekten unter Wasser. Unter dem Titel Der innere Strom Waterworld habe ich experimentiert, die Idee dahinter war eine fremdartige Unterwasserwelt sichtbar zumachen. Doch während der Fortschritte stellten sich die Komplexitäten des Themas als weitreichender und erstaunlicher heraus, als ich ursprünglich vermutet hatte. In den neuesten Kommentaren zu meinem letzten Film tauchten immer wieder ähnliche Ideen auf. Das Gespräch drehte sich um eine Wasserwelt. Ich denke es ist an der Zeit meine Vision mit euch zu teilen. Im Gegensatz zu den Überresten des legendären Atlantis, das einst die menschliche Vorstellungskraft beflügelte, wollte ich etwas schaffen das neu und unentdeckt war. Ein ganz eigenes Unterwasserreich. Ich lade euch ein eure Ideen und Visionen zu teilen. Was seht ihr vor euren inneren Augen? Welche Szenarien könnten sich entwickeln wenn wir uns auf diese Reise ins Unbekannte begeben? Seid ihr bereit die Grenzen der Fantasie zu sprengen und die Geheimnisse der Wasserwelt zu erkunden? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und Vorschläge. Denn nur gemeinsam können wir diese Wasserwelt zum Leben erwecken und das Mysterium der Tiefen entschlüsseln.